Ja, hi, willkommen, mein Name ist der Nero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts Unterbelagerung. In der letzten Folge haben wir die orientalische Kampagne abgeschlossen. Aufstieg, Niedergang, Aufstieg und so weiter, was auch immer. Und jetzt haben wir die Mittelalter-Kampagne endlich erreicht. Darf ich vorstellen, Utter, seit dem... Boah... Darf ich vorstellen, Utter, seit kurzem König der Briten. Er hat eine Vorliebe für Küstenlandschaften und hat eine Burg entdeckt, die genau am richtigen Fleck steht. Ja, da gehört sie schon jemand anderem. Die Burg in ihrem Besitz abzunehmen wird nicht leicht sein und sie brauchen wahrscheinlich etwas Hilfe dabei. Also auf zu Merlin. Und zwar bei Merlins Zauberkons. Die Mittelalter gehen jetzt am Start. Wird vielleicht mal das Team vorstellen sollen, aber egal. Wer ist er denn? Ich weiß gar nicht, wie der unser Hauptcharakter in diesem Kapitel heißt. Ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie der unser Hauptcharakter in diesem Kapitel heißt. Ganz ehrlich. Wissen Sie, das ist eine herrliche Plattizien für eine Burg. Ja. Hier haben wir noch andere. Schauen Sie ein Burg. Völlig unzugängig. Es sei denn... Ah, eine magische Tür. Hallo Merlin. Merlin, kommen Sie heraus. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sehen Sie, Merlin zaubert. Jetzt können Sie das gegnerische Gebäude zerstören. Ausgezeichnet. Danke, Merlin. Und wo sind wir? Vernichten Sie den Gegner. Und erbauen Sie dem König an dieser Stelle ein hübsches Gebäude. Genau hier. Da muss ich mir her. Alles klar. Ausgezeichnet. Gehen Sie an die Arbeit, junge Ritter. Hey. So. Ah ja. Lex Calibur, Frederiken. Jetzt sind unsere Charaktere. Bauen Sie an der Stelle, an der die Festung des Dukes steht, einen Bergfried. Die Mittelalden machen sich bereit. So, wie heißt denn? Unser Hauptkater, aber das würde ich gerne mal wissen. Ich habe das mal vergessen. Es ist schon so lange, seit ich das Team erstellt habe. So. Kann ich irgendwas bohlen? Ein Bergfried zu euch da bauen, ne? Ich habe unendlich Bergfried, okay. So, was haben wir denn alles? Und irgendwie will ich das Ding nicht mehr machen. Aha. So. Wir müssen das kaputt machen, ne? Wir können doch wieder das kaputt machen. Das war gut. Grunt 2, okay. So, da. Hinter müssen wir. Also hier müssen wir abbauen, okay. So, wie heißt denn unsere Charakter? Walter Orm, okay. Rainer Skill. Wow, da ist ein Verwandter von Rainer. Sehr gut. Oh nein, die kommen auch direkt mit dem Kack. Ich versuche meinen Turm hier wegzuballern. Du Bastard. Ja, ich habe unendlich Bergfried. Da kann ich ja irgendwie nichts falsch machen, ne? Was soll ich bauen, dann Turm hin? So nicht schlecht. Wissenschaftliches Labor könnte ich bauen, aber... Ich bin ein bisschen zu riskant. So, was haben wir denn, ja? Ich könnte hier das so kaputt machen, versuchen. Ach so, okay. Ich verstehe. Machen wir mal so, vielleicht liegt der eine runter. Ding wird ja wohl da nicht kaputt gehen, oder? Komm schon, krank ich an. Na, verdammt. Ist ja immer noch nicht kaputt. Boah. Ey, du willst mich verarschen. Irgendwie läuft niemand nach Plan in dem Spiel. Egal, bleib durch auf meine Türme und so. Ach so, meine Bergfried sind ja nur da. Hallo, guck dich da mal an. Und da noch eine Minikanone. Warte Abend. Wie? Alter, mit dem konnte ich mich noch nicht mal bewegen. Ich glaube, ich balle erst das Ding zu, oder? Das geht mir auch für Nerven. Let's Calibur, ne? Ja, wir haben schon drei Kampagnen geschafft, aber werden wir die wohl auch noch schaffen, ne? So. Wo seid ihr, Pisser? Boah, meine Kontrolle, der macht das. Ich will die ganze Zeit mal im Aufsagen. Ja, das werde ich wohl nicht so schnell treffen. Und ich gehe auch nochmal sicher. Also, wo ich mich nicht nach rechts oder links irgendwie. Und ich gehe auch noch mal sicher. Och, Mann, echt. Komm, schau an. Und das war zu hoch. Ich kann die Mission eigentlich schon abschmieren. Was soll denn das? Welchen Kappding da? Boah. Bewegt er sich da auch noch weg, oder wie? Jetzt muss ich das Cut-Ding-Gleichen treffen, und ich kriege das nicht. Boah, das war voll lange eben. Oh, Frederic, okay. Okay, wir machen den Tilt-of-Grace-Zep hier. Aber wo kann ich denn noch mal bauen? Morgen pack' ich, morgen bau' ich. Morgen werden wir auch schon mal rein. Ich kann nicht mit meinem Steuerplatz nach links... Warte, ich kann nach bauen? Wo? Ja, okay. Einfach so, weil ich's kann. Also, wenn ich über einen Berggrätzchen baue, kann ja eigentlich nichts passieren. Dann treffe ich den nicht. Wie, das ist kaputt, ist mir doch egal. Mann! Ich kann nicht treffen. Warte zum... So, dann geht's. Ich treffe das Ding da oben nicht. Boah. Ich hab' dreckig. Ich hab' ich eine beschissenste Stelle von Hallen natürlich hingepackt, sodass ich nicht treffe. Ich komm' leider nicht. Boah. Die Ballern hier die ganze Zeit von links zu. Mein Gebiet. Ach. Na, warte. Mach' mal wieder einen Primitivschlag. Wir müssen immer die Orms hier auf die Gegner zu gehen, hab' ich das Gefühl. komm herr du ding weiß noch wie die letzte mission ausgegangen ist musste auch mit der presse hochgehen so farb und irgendwo ja aber gut was hat ich dort bei uns sehr gut wer die ball an den da direkt runter wir können ja doch unmöglich und da treffen jetzt sind wir nicht auf ihn oder kommschauin kommschauin ey oh ne warum los ich bin so was an oder lieber auf meine gebäude halt mehr was außen da oder da wow was schönes schön das ding da ballern wenn es geht oder weißt du was hier da ein bisschen schaden gerichtet ich glaube nicht ne ich glaube da war auch doof jetzt vielleicht den tonk bauen sollen dann hätte ich ja weiß nicht ich glaube er ist schon so kaputt hat die ja nicht mehr jetzt haben wir nicht getroffen und text gerufen ich könnte auch von hier aus erwartet mal hier heute macht das schon den kriege ich weg hoffe ich okay das war eindeutig mitten in die flasse korn war okay ja ich habe die tun nicht mehr dings benutzen weil es da ist jetzt die da war noch ruhig weiter so versuchte eine festung damit kaputze und da dauert lange glaubt mir da könnt ihr euch nicht vorstellen die so ich brauche mal ein weil noch andere leute da oben hier bin ich falsch da unten ist auch noch nichts oder ich habe einen jetpack nicht mehr jetzt auf volle mühe runter springen nächstes ding kaputt wird er wohl danach nicht noch was kommen oder für die erste level ist nicht so hat problem da könnte ein bisschen dauern hoffentlich gehen jetzt volle mühe leiden der gefühl gegen jetzt volle mühe leiden online verpiss dich verpiss dich davon oh gott die ball ist fertig jetzt aber dann kommt jetzt auch in der mini-kanone gott er sich irgendwie nicht auf irgendwo konzentrieren ja bleibt da wobei wieder wenn es geht roter roter ok der wirtschaft mal ich hoffe ich habe hier in einem partner doch wenn man wieder geil ja du willst mir also mit der stelle abfackeln ich glaube es nicht vielleicht mal ein wissenschaftliches abräumt so hat haben wir eben hier über das Thema einer wahrscheinlich stellen sie sich jetzt nicht mehr darauf hat er brennt jawohl ich glaube für das ding wird irgendwie die meiste zeit drauf gehen so ein dreck vor einer und walter die generation skill und orm vereint wieder einmal über den generationen ok ok alles klar auch gut gleich zu water gewechselt habe ist direkt er hat man sehr schön einer bestellung des sterben wollte ich jetzt sagen und tschüss und tschüss ma verrägt doch der schaffner schon ja genau auch ich mag einmal beschädigt hier irgendwie so dinge die machen keine anstrengung sich irgendwie auf seine ecke oder so zu stellen und zu aktivieren oder geht dann gar nicht mehr ich wollte ja auch gerade versucht genau nicht glaube ich na zum teufel hm aber was hat denn Dries so wir gehen jetzt auch da hoch werball haben wir von nach unten also nicht nee wow der ist auch schon gleich tot sehr gut mit was passt nein ich will mal so einen teil aufbaden dann war mal ebenso naja war gut ja 200 ungefähr ihr seid schon längst tot ja noch mehr so dicke dinger aber wenn ich über den Bergfrieden brauchen dann ist das hier mal zum teufel you not hit idiot so water da kommen die anderen drei wieder dran die anderen beiden meine ich so genau muss so kommen was kann einem ballern aber so russkant ich traf da sowieso nicht mit dem teil nein nein hätte ich auch noch erledigen können ich einfach nur so ein bisschen schräg ziehen auf den er haut wir ab oder auch nicht doch ab weil wir so sieht man so von innen aus verbindung ist da weggestellt mit der explosion den gleich nicht zum teufel muss ich mir jetzt immer den 20 schaden irgendwie so angucken man schwelle zeit und ihr auch er verschwendet meiner zeit und die meiner zuschauer wie könnte es war dafür müsste bluten ich habe eine schwarze dinge da gehört nicht zu zitadelle der zitter der pulverisiert vor allem seit so was von dran ich habe schon ein paar irgendwie passen jetzt kommen wir noch mal zweiten part teil und oh mein gott es gehen die da ein typen gesagt gibt es ein anderes wort für gesicht ich glaube ich kann mich nicht mal aufhalten er tut sich der schwierigkeit hat doch immer zurückschrauben das ist ein unlogisch weil es ja irgendwie die wilde level die sechzehnte story level ich tue ich da so ein waffenlabor genau dahin packt wahrscheinlich nicht so du bist unser haupt bildet hier dieser level das ist eine burg glaube ich dreck ja versucht man da wieder weit abzuschießen wer da ist eine feste kann ich wahrscheinlich damit weil sie mich mit bazookas hier kaputt hauen nicht beeindruckt er überhaupt getroffen sei die ente ruby hat was muss ich denn hier vernichten ich habe mich irgendwie da hoch hallo leute ich glaube was von der action abonnen castle ich habe es mal geschafft was zum teufel na sind denn auch alle schon hier ich würde den grunt da fertig machen aber das kann ich versuchen ich kann mit dem nicht treffen das war zu granaten mäßig oder irgendwie so abbreitet kann ich nicht nutzen schlimm ist ja der kühlschrank der verwehr sich das ding bitteschön ausgelacht bald wie ein flummi an alles ab ich kann mich gar nicht treffen aber er vernichtet unsere burg von innen nach außen wo wo hier hier verschwindet durch meine zeit was muss hier mit rankommen dass er gut schade machen na wie geht es denn so kommen wir tun sie trägt und so gut sehr gut das kann ich glaube ich mit einer ballista einschießen aber das ist meinstens wohl eigentlich nicht damit treff ich wenigstens das weiß ich da kann ich bin im ausdruck und massacre um baller weil sie da direkt welche wohl treffen ist oder gegen den boden ich dachte ja dieses werte noch oft hören wahrscheinlich etwas eindeutiger kampf ist ich weiß mir die letzten wer will dann aussehen wird bestimmt voller meint blau sei das hätte ich gerne mal so ein hamsterwerfer hier davon habe ich noch viele ich hoffe es reicht nicht doch das hat gereicht sehr schön ja wo ich liga unter doch mal da jetzt bist du leicht dran ich will halt einfach wütenden mexikaler einballern dann seid ihr tot ist hat die festung und meine festung da ist eine festung verdammt da wird die schon ein bisschen angeschlagen das wird das nervig das wird mir deren ziel angucken und die wir sind ich meinen zugang also jetzt hat er noch gut hier muss man an dieser stelle wohl festung ist man bauen aber da wo dingens hier in der letzten mission das war unnötig wenn man tot warum muss ich dann nur die festung ja und davon meiner fest und wenn man bergfried ich kann nix du besser ich kann nicht das muss ich auch noch nicht oder lacht er mich aus ja doch kann doch schon wieder vollkommen verkehrt wird das mit dem rat also wir solchen da treffen also was ich mache jetzt mal das ding fertig und verdammt noch mal ja okay ich habe noch ein bisschen unentschieden um entschieden meint er kann wieder lange dauern ich überlege ob ich schneide weil hat ja keine ahnung wir doch ein bisschen zu doof das muss ja zehn züge lang angucken wie ich das ding ja zu bahnar jetzt wünsche ich hätte noch irgendwie so keine ahnung hamster mgs und so so komm wir haben nicht den ganzen tag zeit also eigentlich schon aber wir haben gerade schön mittags das macht schaden jedoch irgendwo ein waffenlabor bauen sollen aber dann hätten wir zugeballert ja der kommt schnell zur sache das gut seine granate raus versucht zu treffen trifft wahrscheinlich auch und macht irgendwie 20 schaden ja boah meine nase juckt die ganze zeit ich habe im gefühl ich müsste jeden moment nix das schon seit zwei minuten oder so ey ich hasse das gefühl bis ich verdammt noch mal von meinem bergfried gesagt kannst du ja einfach so parten wollte verfahren also aus nächster nähe treffe ich damit das gut das wird so lange dauern mann und festungen so viel ap verdammt meine wäre schon längst tot ja 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 ich möchte dieses projekt noch mal irgendwann zu Ende bringen ich möchte ein paar andere projekte wieder hochladen ich bin ja schon mal sehr gutes ein wird zwar eigentlich hier so ein neueres warm spiel hier ich glaube er meistert das auch so ein 3d warm spiel und vielleicht auch hier nachmachen aber das kann ich noch nicht warten vielleicht sogar durch er war rennt werde von anfangen auf das ich habe mein ding ein bisschen mit kopf oder war egal aber das ding fragt zwei dinger das weg schießt und treffen und gefährlich werden wenn das ding weg ist ne warte mal erst als einzige oh gott jeder schon macht hier als nächstes passiert bis halt auch damit ich glaube wenn das ding weg ist dann sind ja alle sachen weg das ding ist als einziges mit dem turm verbunden sich gerade wenn das ding weg ist dann macht bum 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 was ist das für eine perspektive jetzt hallo was so können die sichtige entscheidung so ist schneller dinge weg ballern damit die uns nicht weg ballern ja so jetzt bitte kollekt so so bereich und mein geh weg kommen der explodiert gleich in my face ja ja also ich bin die ganzen froh nach groß animation von den anrufen das ist aus machen wir sogar im toten auch schaden bei bis dann grund 1 verkaufen wo roms mantel ich glaube ich auch ein gebäuden schaden zu machen verdammt sagen und damit bekommt der könig eine weitere burg und hier endet unsere geschichte was ich meine da kommt noch was ja vier dinge auf jeden fall noch tut mir leid und so endet der erste teil unserer geschichte okay eine sehr dramatische geschichte für aufregende dinge lassen würde ich mal eingehen sollen ich glaube naja ich jedenfalls ich schätze das werden wir ja sehen oder nicht ja mal schauen aber die erste kampagne von dem mittelalten abgeschlossen und speichern das kommt sehr schön speichern wunderbar finde ich gut wenn alles gut läuft und nach meinem geheimnis abläuft mittelalterliche flagge ein ritter an dem man sich erinnert tobler mark und mittelalterlich und merlin ein ritter an dem man sich erinnern wird ist die zweite mission und die machen wir in der nächsten folge für let's play warms forts unter belagerung ich bleibe mich alle herzlich fürs zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge